So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 4, der Singleplayer. Wir machen weiter bei der Mission Infinity, wo wir im Dschungel ja das abgestürzte Schiff finden wollen, sollen, wie auch immer. Und ich habe mir überlegt, ich mache mal einen Schädel an, weil es gibt ja immer noch die Schädel, die es leider schon von Anfang an gibt, was ich ein bisschen schade finde. Ich fand es bei Halo 3 ganz cool, alle Schädel zu suchen und sie dann zu haben, das fand ich extrem geil. Okay, jedenfalls, ich habe jetzt mal einen angemacht und zwar IHDVSK, also ich hätte dein Vater sein können. Seltene Kampfdialoge sind häufiger zu hören, weil ich finde, alles andere ist nicht ganz so geil. Kleiner Tipp, wenn ihr mal auch Spaß spielen wollt, macht mal Gantt Geburtstagsparty und Kuhglocke gemeinsam an. Weil, ähm, wenn man, äh, einem Gantt dann einen Headshot gibt, ähm, kommt ja so Konfetti und auch eine leicht, eine minimale Explosion. Und durch die Kuhglocke wird diese Explosion noch mit verstärkt. Das heißt, wenn ihr einem Gantt einen Headshot gebt und der in der Nähe von anderen Gants steht, sterben die auch gleich mit. Ist ziemlich witzig. Ähm, das nochmal so als Tipp. Oh, das ist aber ein anderes, ein anderer Ladebildschirm. Ich bin momentan... Was ist denn das? Äh, ich bin momentan echt extrem am Halo-Suchten. Also ich spiele, äh, den Multiplayer, den, den, den Spartan-Obs spiele ich zusammen mit Affekummer und Ratzthal und Vex und... Es macht Spaß. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch riesig auf Black Ops 2. Der Zombie-Mod, der Zombie-Mod, das wird so toll. Wo sind meine Untertitel? Das Schiff sieht intakt aus. Irgendwas sagt mir, das ist nur so, weil der Didaktiker es wollte. Hier lässt sich ein UNSC Infinity. Sind hier unten von Feinden umringend. Hört uns jemand! Hier ist Sierra 117 von der UNSC Forward Unto Dawn. Sind bereit, Ihnen zu helfen. Negativ. Lange soll es nachvollziehen, Forward Unto Dawn wiederholen. Das Signal kommt und geht. Ich kann es nicht rausfiltern. Bring mir Ihre IFF-Tags auf den Schirm. Dann haben wir wenigstens ein festes Ziel. Warum habe ich keine Untertitel mehr? Haben die das nicht gespeichert? Das wäre ja doof. Mal eben gucken. Äh, Audio, Video, Untertitel, ein. Weiß auch nicht, was ist automatisch? Ich empfange einige IFF-Tags hinter dem Rollen. Ich übertrage den Nächsten auf, die er hat. Okay. Infinity am Commander Lasky. Haben Kontakt zu Ihrem Pelican für uns. Bitte kommen. Wir haben wohl den Notruf nicht erhalten. Wow. Sieht hübsch aus. Also ich spiele jetzt schon nach ein paar Tagen endlich mal wieder den Singleplayer. Die haben mich gesehen, oder? Jo. Einer von Ihnen ist Offizier. IFF-Tag überprüfen. Oh wow. Laut Tag ist das Riminus. Paolo J. Wow. Ich weiß uns, Bleski noch irgendwo da draußen. Äh, wo geht's jetzt lang? Von wo kam ich jetzt? Von da kam ich. Ich rate mal, geht hier unten weiter, wa? Wollen wir mal gucken. Oh, es ist laut. Es ist viel zu laut. Wartet. Besser. Ah, nur. Da. Weg. 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 So, na also. Ey. Wow. Wo kommt denn ihr jetzt alle her? Wow. Ganz ruhig. Wow, ey. Ja, und du mit deinem, dem durch den Schild, ey. So. Mach dann jetzt. Was? Hat er den gerade wiederbelebt? Oh oh. Weg, 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 weg. Ich hab Granaten. Einfach mal wegwerfen. Huh. Hat er den gerade ernsthaft wiederbelebt? Wie asozial. So. Hey, da steht, das war ja asozial. Ich belebe dir den einfach wieder. Aber schön, gut zu... Gut zu wissen. Dann wissen wir schon mal, worauf wir das nächste Mal achten müssen. Und zwar auf das Ding da. Was war da hier? Dick, irgendeine Waffe. Sehr gut. Wow. Ah, chillt mal euer Leben. Was ist los mit euch? Ah, zum Teufel. So. Äh, ja. Schild, du kannst dich ja noch gerne mal wieder aufladen. Lad dich auf, lad dich auf, lad dich bitte auf. Es will dich nicht aufladen. Dankeschön. So. Haben wir die Asozination auch mal gesehen? Ach, die... Oh, warte, warte, warte. Hey, hier war doch eben ne Waffe, der war nicht. Hier war eben irgendwo ne Waffe. Na ja, vielleicht noch nicht. Egal. Ne, die will ich nicht. Ach, die Prometaner Sicht, okay. Damit konnten sie also durch den Nebel sehen. So. Haben wir dich. Ha. Oh Gott. Wie lange hält die Prometaner Sicht eigentlich im Singleplayer? Ja, ja doch. Schon länger als... Ja, logischerweise länger als im Singleplayer. Aber war doch schon um einiges. Also... Das war nicht das Intelligenteste, was ich hätte machen können. Gebe ich mal ganz gerne und offen zu. Damit konnten sie also durch den Nebel sehen. Okay, ich will den asozinieren. Oh, jetzt dreh dich schon um, du Bastard. Na komm. So. Höher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wow, was hat das eben für ein krasses Auto-Aim, Alter? So. Kaputt. Kaputt! Dankeschön. Den Unterdrücker, den möchte ich doch jetzt mal haben. Okay. Die sehen mich noch nicht, ne? Sind aber auch nicht so viele. Gut. Boah, schön, wie ich wieder keine, äh, Fernkampfwaffe habe. Oh Mann. Das ist aber doof. Babylon, bitch. So, durch haben wir. So. Gut. Gut. Perfekt, 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 perfekt. Okay. Wo ist denn das Ende des... Ist hier irgendwas? Nee. Hier? Ah, okay. Was machen diese Granaten eigentlich? Die saugen so ein bisschen rum und das war's, ne? Ich hab Gott sei Dank noch genug Munition für das Teil. Oh, 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 oh. War's zum... Weg, weg, weg. Was war das für ein Angriff, bitte? Halleluja. Mann! Bleib dann wenigstens nah dran. Keine Muni mehr. Hab ich nicht eben noch gesagt, ich hätte so viel für das Teil? Okay. Ah, ich will hier hoch. So, nehmen wir einen anderen... Eine andere Route, da. So. Hier kommt wohl eine Verengung. Wir könnten in eine Sackgasse geraten. So. Wir haben jetzt mal das Automatikgeschütz eben aufgehoben. Gucken mal, ob uns das irgendwas bringt. Oder bringen wird. So, weg mit dir. Ach, wir müssen noch weiter hoch, he? Oh ja, das Ding scheint aber ganz cool zu sein. Da ist ein Freund, Feind, Tag. Aber wo ist der Besitzer? Ein Freund, Feind, Tag. Mehrere Tags. Chief, das sind Verbündete. Das ist gut. Oder? Oh wow, was seid ihr denn? Seid ihr... OASTs? Ist sie auch? Ist sie auch ein... Sind das auch Spartans oder sind das geschicknormale OASTs? Also, Orbital Drop Shock Trooper. Welche Frequenzen? Verdammt. Infinity, hier Commander Lasky. Pelican Aufklärer abgeschossen. Wiederhole, alle Vögel abgeschossen. Haben Verluste erlitten und brauchen sofortige Hilfe. Komm. Endlich. Hat sie die Koordinaten befrichtet? Positiv, Sir, aber wir brauchen einen Transport hier raus. Kümmern Sie sich darum. Sie wurden zum Aufklären losgeschickt während eines Angriffs auf das Schiff. Der Käpt'n dachte, die Infinity könnte uns Feuerschutz geben und trotzdem den Angriff abwehren. Sir, wir werden die Verwundeten niemals zu Fuß zum Schiff bekommen. Ich schon. Hehe. Ich weiß nicht, ob es zu früh ist, Sie um einen Gefallen zu bitten, aber für uns wird hier langsam die Luft dick. Haben Sie zufällig Übungen darin, als Sets zu räumen? Manchmal schon. Ich gebe Scheid, wenn das Gebiet abgesichert ist. Ein Scan der Umgebungstopographie zeigt eine Lichtung im Norden. Cooler Helm. Sollte es genug sein, ein Landungsschiff runterzubringen. Ich glaube aber, ich meine, es kann ja sein, dass es jetzt auch Spartans waren. Ich meine, das ist immerhin vier Jahre her. Vielleicht haben sie ja neuer ausgebildet, wer weiß. Aber ich glaube eher, dass das sticknormale OASTs oder ODSTs waren. Also halt Orbital Drop Shock Tupers. Aber hey, immerhin gibt es Menschen. Das finde ich schon mal cool. Oh nein. Auf die Frasse. So. Ich glaube, ich nehme das... Ne, wo ist das Lichtgewehr? Wo ist das Lichtgewehr hin? Hier lag eben noch ein Lichtgewehr. Da. Wie viele Schüsse? Warte mal. Okay. Warte mal. 63. Ach, deswegen. Das Ding schießt immer drei Schüsse gleichzeitig ab. Deswegen verbraucht man die Munition so schnell. Ah, haha. Aber warum? Ach. Das sehe ich jetzt erst. Wenn man zoomt, schießt es ein. Wenn man nicht zoomt, schießt es drei. Das ist cool. Also eine Art mit... So eine Mischung aus B-A und D-M-R. A. D-M-R und B-R quasi. Ist ja auch geil. Ich sehe es. Na klar. Komm mal an der Cortana hier. Sind auf dem Weg. Ey, Digga. Gib mal die. Danke. Oh, die hat gar keine Munition. Hier ne... Na komm. So, nachladen. Hier haben wir hier oben lang. Durch den hohlen Baum. Können wir vielleicht von hier aus irgendwas... Ne, der ist schon tot. Hätte ja sein können, dass man von da aus irgendwas sieht, wa? Dem kostet die Granaten mal gewechselt. Hup! Bäh. Okay. Mach ich ihn jetzt. Ha, ich kann die kaputt machen. Gut. So. Wo noch? Das war's, glaub ich, ja? Nehmen wir das Ding mal mit, wa? Oh, ich hab's gefunden. Dann mal rein mit dir, Hübscher. Hallo. Diese Türen führen in ein Tunnelsystem mit einer geeigneten LZ. Na dann. Halten Sie sie von mir fern, bis ich die Türen geöffnet habe. Ach so. Für die Türen brauchst du jetzt länger, wa? Okay. Ist notiert. Ahtadadada. Immer draufhalten. Da ist noch einer. Haben wir nicht noch irgendwo... Ah, hier, sei doch. Nehmen wir doch mal das. Oh, hör auf, ihn wiederzubeleben. Ich werd' grad so einigermaßen von allen Seiten angegriffen, ne? Jo. Aha. Geil. Da wurde ich jetzt ein bisschen überrannt. Damit hab ich nicht gerecht. Wo bin ich denn jetzt? Ach so. Diese Türen führen in ein Tunnelsystem mit einer geeigneten LZ. Ja, hab ich mitbekommen. Halten Sie sie von mir fern, bis ich die Türen geöffnet habe. Ach ja, äh, ein Kumpel hat mir übrigens gesagt, dass die, äh, Untertitel in Weech wohl auch schon gelb waren.